Hallo, willkommen zurück zum zweiten Part Lara Crofts 1, EGARDEN OF LIGHT Ja, das Spiel fesselt uns bis jetzt richtig, das macht echt Bock Du bist zu fett Und Du musst abholen Das wird bei mir voll spät angezeigt, wer das eingesammelt hat Ja, bei mir auch Oh Oh lol Oh, hinter uns Komm weg da Der war gut Au Die Sau So, da rein Ja, dann kommt so wieder dieses Special-Ding Gucken wir mal Oh, es ist wieder etwas anderes Lass uns mal hier einsammeln Okay Was passiert, wenn wir hier haben? Okay Alles klar Wir müssen auf jeden Fall einmal schießen Ja, erstmal daneben schießen So, dann gehen wir da hin Warte mal Warte Nee, 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 warte Jetzt kannst du nämlich hier rüber Was das bringt, weiß ich noch nicht Warte, nee Doch Nee, nee Doch, warte Hallo, ihr Wichser Aua Hihihi Profisasser Oh, das war knapp Das ist eine unsichtbare Mauer zum Glück Ja, wie sie Das war einfach Ah, einfach Das ist ja das erste Level Kann man verstehen Da kamen wir her Nein, da kamen wir nicht her Hä? Loll Kampfen Relikt Ja, drücker Verrückt Aha Machtschub Das habe ich noch nicht Jetzt habe ich es eingesetzt Das hattest du die ganze Zeit schon Das hättest du einsetzen können Aber wie? Ja, hast du gerade weggeklickt Warte mal Du trottel Steuerung Konfiguration Jetzt habe ich Gamepad ausgeschaltet Tastenkonfiguration Interagieren Inventar ist auf Select Bombe, Bombe Ducken Da steht nichts drin Also ich finde zumindest nichts Schilder heben Bombe zielen Schießen Tagieren Ah, okay Gucken wir mal Oha Das ist ein Hebel Ich behalte den Ich lasse den erstmal so Mal gucken was passiert Wenn der jetzt Oh 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 Gute Verhandlung Oh Oh, Beeilung Du hast es Du hast es Jetzt komm schon mal schwitzen hier Nein Nein Ich Und dann lass da oben Oh nix Rechts, links Ja, 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 ja Ich weiß nicht was ich machen muss Du Glätter da drauf Glätter da drauf Und hoch Ah, jetzt Ah Aber nur hoch Ah, die wollte nicht Wow Jetzt übertreibt Der Typ aber Ne Ist doch cool Und das glaube ich schon noch irgendwas Oder Irgendwie Unter dem Busch Nö Wären wir alle roten Schäden Haben wir alles schön eingesammelt Oh, Level abgeschlossen Cool Oh, du hast mehr Punkte gesammelt Oh, Mann Sammeln sie zehn roten Schäden Erreichen sie den Ausgang In maximal sechs Minuten Oh, genau Wie soll es denn gehen? Einfach durchraschen Spiel verlassen? Äh Ne, du musst was machen Weiter, weiter So Jetzt kommt erstmal wieder Zwischensequenz, denke ich Tempelgänge Gelände Ah ja, ich kann jetzt auch Oh, sammeln sie zehn roten Schädel wieder Überqueren sie im Fluss Ohne das Wasser zu berühren Das stören sie alle Trucks Finden sie und besiegen sie die Echsen Dämonen Was, Kurs, Männer sind tot Ausgelöscht von diesen Kreaturen Oh, Waffen Ja Wir sollten deine Ausrüstung auf den neuesten Stand bringen Soviel zum Thema Du hast nur Sperren, ne? Ja, so weit habe ich noch nicht gespielt Jetzt bricht ihr das durch Das wäre sogar Wie geht das? Sie haben eine neue Sekundärwaffe freigeschaltet Drücken Sie Y-Select Um das Inventar einzublenden Und diese weiter Waffe Die Munitionsanzeige zeigt ihre verfügbare Munition An Sekundärwaffe Waffen leeren die Munitionsanzeige mit unterschiedlicher Geschwindigkeit Haben sie keine Munition mehr Greifen sie wieder Auf ihre Standardwaffe zurück Benutzen sie Waffen leeren die Munitionsanzeige mit unterschiedlichen Anzeigen Das ist klar Verstanden Oh Wir haben da das Artefakt Was ist das? Waffe und Bombe Ja, dann würde ich das machen Gehe ich voll auf Waffe Durch die Verteidigung weg Gehe ich voll auf Waffe Haben wir noch eine? Ne So, habe ich noch eine Sekundärwaffe? Ne, natürlich Du hast zwei Hände hoch Okay, jetzt sind wir Aus dem Ich habe trotzdem noch einen Vorteil Alles klar, gut Habe ich schon Genau, wieder alles zu zerstören Alter, ohne Spaß wie Sachen hier rumfliegen Ich finde das geil Ich finde das richtig geil Ich habe das Spiels von 2010 Meine ich War es echt Erkunden sie das Tempelgelände Na Tempelkarte, super Okay Ausgang Spinnengruft Sonnenscheibe Na gut Wir müssen zur Spinnengruft Müssen wir hier rechts Da lang Oh 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 Krass, sieht der voll aus Oh oh Nein, gehen aber schnell down Was ist das? Sollen wir nicht auch die Trucks zerstören? Kann gut sein Ja, habe ich gerade gemacht Was? Eins von zehn Trucks Was eigentlich haben wir uns zu weit entfernt vom Bildschirm? Ja, dann wird er größer Dann können wir irgendwann nicht mehr laufen Wahrscheinlich werde ich auf Blitzcreen auf einem Bildschirm Ja, das kann sein Ja, das kann sein Gingstens Ähm So, wir sind mit dem Thema Ja, springen halt auch runter Oh ja, mach mal was so Oh, ich lasse es natürlich nicht hier Oder doch? Du homosexueller Schießt sich jetzt ab Greif mich, greif mich nicht Oh, warte, schau, da Da war was Da war es Was ist das hier? Ach, das ist die Kruft Die Spinnenkruft Nice, was war wo? Kommen wir zurück Da war ein Totenkopf Ja, du musst, äh Nein Ja, doch Ich glaube, das geht auch Ich brauche nicht Anscheinend braucht man auch die übrigen Goldscheiben Um unter sich ruf zu kommen Äh Wir brauchen vier von diesen Sonnen Alles klar Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier nach links Oder liegt was? Boah, lol, ist er zerfetzt Hier die Heilung Hier die Heilung Heilung und Munition Was klar, gut zu wissen Dann gehen wir mal hier hin Ja Wollen wir mal den Weg folgen Ja, vor allem wie die Guck dir das mal an Guck dir mal an, wie die runterläuft Pass auf Warte Ja Ohne Spaß Ich zieh euch Hinter dir Jetzt guck mal, wie die runterläuft So, jetzt Ja, du bist natürlich so ein Geldgier, ne? Ich schnapp mir alles Geld Das sind aber keine normalen Blasterschüsse Ich glaube, das ist das Relikt Meiner Was die gerade so stark gemacht hat Guck mal Du hast jetzt das Relikt Mit diesen Mit diesen Waffenschuss, ne? Okay Deswegen sind die so hell Deine Waffe, meine Schüsse Meine sind so Okay Du solltest glaube ich nicht die ganze Zeit die normale Waffe nehmen, oder? Ich hab noch voll viel Muni Ja, aber manchmal finden wir halt keinen Muni Kommen wir da hinten hin Darum Ja Da ist bestimmt was Da kannst du aber nur du, wenn der eine Ja, da ist das Oh, da ist sogar so ein Sonnenteil, was wir brauchen Meinst du kommst da hin? Jetzt bräuchte ich deinen Speer Warte mal Pass mal los Nein, komm, 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 komm Komm Bist du dir sicher? Hui Nein, doch nicht loslassen Warum machst du das? Warum hast du losgelassen? Ich hab nix gemacht Guck mal, jetzt bist du bei mir Einmal einen Speer bitte Wunderbar Jetzt bleib mal bitte da stehen Hui Hiiii Loll, wo gehst du denn da hin? Aua Da liegt bestimmt noch was, komm Deswegen wollte ich nochmal zurück Ah, das ist wieder so ein Kruft Oh, da ist Muni Ah, nee, die brauchst du Und du hast ja auch deine normale Waffe Ja Ist klar Da rein Dann machen wir mal Gucken wir mal, was da jetzt so abgeht Hallo, wie sind die Neuen? Wir kommen jetzt öfter Oh Äh, da will ich dich drauf retten Geh du mal weg Das ist ja mein Schild Okay, dann geht das weg Achso, ich weiß wie Aber, ja, ich auch Ja Von der Treppe Na, jetzt musst du drauf treten Weißt du, das geht? Klar Lara Croft ist, äh, Superman Geronimo Bam Also fuck, lass uns das mal anziehen Was haben wir denn da? So, haben wir Verteidigung Ja, für dich Hast du halt die Bombe ein bisschen schlechter Na, wie auch Zieh ich an Kannst du beide? Ja Hast du? Nee, hast du nicht Hab ich doch Nee Doch Siehst du das nicht unten? Steinfeil hast du da Ja, hab ich doch Ist das gleiche wie, äh, Tonfeil Nein Du hast links oben Neues Neben dem, äh, neben der Eule Du hast zwei Eulen Achso Ja, hab ich nicht gesehen So, weiter geht's Dich machen wir mal zum vollen Tank Was man aufgleich entfällt Trifft ihr dich Ein Kratzer Ich würde gerne nochmal da Zurück gehen, wo wir eben waren Jetzt genau da Hier nochmal Da geht's ja weiter Vielleicht haben wir da ja noch was Ja, da geht's ja weiter Hast du das noch, Moni? Oh, finden und besiegen sie Die riesige Lol Da ist die Echse Boah Ich tue die Echse Aua Nice Nimm du beides Was beides? Da war Munition und Dings Achso Ich will aber hier das Heil-Upgrade haben Ah, genau Ja Die Mache lasst ihr hier sein Na, da musst du drauf und sperren So So, ja, haben wir hier diesen ersten Weg schon mal fertig Weil ich glaub, sonst haben wir hier noch nichts Ja, so ein Teil haben wir gefunden Da unten liegt noch Geld Da unten liegt noch Geld Da unten liegt noch Geld Sowas von meins Ja Clever So, komm Es regnet Komm mit Geronimo Oh I believe I can fly Leute, der Baum brennt voll geil Bis jetzt Bis jetzt ist meine Leiste voll Ohne Spaß Ich find das echt hübsches Speer Außer es geht zu diesen Cutscenes Und dann sind die bisschen näher dran Aber gut So, gehen wir mal weiter den Weg hier, ne Oh, oh Beachten, wir müssen immer noch die 10 Trucks zerstören Gelb Der Baum fällt nicht Ja, ist, ist keine Frostbred Engine Oh Weiß Da hinten liegt man nicht Ne, ne, ne Wow, ich komm zu dir Aber Weg da Wow, die schießen auf die Verschossen So ein Magier Ja, die Die haben wir ja eben auch schon gesehen So, das ist Wow Jetzt geht's aber rund hier Ja Ja Lass uns aber nochmal zurückgehen Klar Ich bin mir das mal alt Das brauchen wir schon Da gibt's das zweite Überklären Sie ihn Warten, stopp Stopp, 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 nicht Entschuldigung wieder Wir hätten jetzt eine Bonusmission Wir können sie im Fluss ohne Wasser zu berühren Ich hab das nicht berührt Das hat mich berührt Ne, du musst das auch hier zu mir hinstellen, ne Ja, aber Vorne Ne, vorne, vorne Du darfst ja das Wasser nicht berühren Ja, ich muss halt aufspringen So Ich hab es kaputt gemacht Verpackt Nein Komm Nein, ich schaff das Ja Ah Ah, das ist eine Idee, genau Ups Ja, so So Was müssen wir Ja Nein, ich glaube Du musst nochmal reinfangen Warte, ich geh ein Stück näher Ja, da musst du dich bewegen Sagt er Ich war ganz langsam Geht Geht Ja Ja Schön Noch da Schön Ne Ne Ich glaube, wir müssen beide Ne, geht doch nicht Bleib da, bleib da, bleib da Müsst du, weil Ist sowieso schon verkackt, weil Wir da sowieso schon drauf waren Sonst komm ich vergessen Warte, warte Ich krieg das hin Ah, du Trottel Ach Jetzt, ich kann das noch machen Komm her Schön stehen bleiben, nicht so wenig Jetzt langsam Sachte, sachte Egal, komm Egal, scheiß auf diesen Scheiß Fußball Fussball Es ist Leben für dich Den nehmen wir mit So warte, krieg da raus Ja Geil Wo ist Leben Denen ist auch noch was Oh, da hätten wir den Ball echt gebraucht Bomb nicht gut Ey, können wir auch so hin Ja, meinst du? Kein Ding Die sich da richtig in den Warte, 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 warte Nein Den brauchen wir aber ruhig nicht Ich will den aber haben Genau, setz hin Warte Na, du musst ja auch warten Uh, was? W D Was? Scheingen Soja, Spiele startet Wahnsinn Von Zehn so sind ja wir haben schon wieder überzogen glaube ich und dann machen wir hier ein klar Bad wechseln und bis zum nächsten Mal Kuhn für uns